Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn Da kommt noch einer Gut Kai, gut Kai Kai, schnell, schnell, muss man schnell gehen Ey, klasse Gut Kai Da kriegt einer Muss man schnell über die Bühne gehen Alter Ja, Kai Du überragst Kai um mich Ne, hol mit oder mich Ist egal Ist das geil Oder wollt ihr mal so ein Highlight Video sehen, Fans? Das frage ich euch Ja, das wäre auch nicht Könnt ihr auch mal reinsteigen So ein Highlight Video Würde euch das gefallen Nein Ich höre was Oh mein Gott nice Da holen sie gerade einen Oh nein, nur Sinn Werf Granaten, werf Granaten Ja, ich Geht mein Bestes Hier pusht jemand von rechts Alter, alter Ach du Scheiße Ich habe einen, ich habe einen Nein Leute Hängen wir noch eine ran Alles klar Hängen wir noch eine ran Oder? Hängen wir noch eine ran Eine letzte, dann geht's ab ins Bett Hängen wir noch eine ran Und dann ohne noch den Epi Eine letzte Wer war da im Hintergrund? Mein Bruder Ach der Matthias Es gibt's ja nicht, dass wir hier nur ein Epi wieder immer holen Weil wir haben zwar die beste Highlight Round aller Zeiten geschafft, aber nicht Die meisten Epis hintereinander Schade Das war halt nix von dir, ne? Was ist aber Doch, mit Headband war super Also mit Stürmern Eine Runde, mehr war nix Das war so auch nix von dir Nee, 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 nee Kai, Kai Hallo Mitch ist halt immer in unserem Rucksack drin Das ist halt scheiße Kai Das stimmt nicht Nein, Spaß, du bist ein guter Spieler Nee, ich bin nicht gut, Leute Das weiß ich selber Aber Ich bin auch nicht so schlecht, wie das hier teilweise dargestellt wird Die haten dich schon ein bisschen in den Kommentaren, ne? Ja, ich sehe es halt nicht Das haben erzählt mir es halt nicht Ich tuk mal rein, was sie so schreiben Ich tuk mal rein, was sie so schreiben Ich tuk mal rein, wenn der soll auch mal Witz spielen Ähm Oh mon, da hab ich den Absprung leider verpasst Junge, 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 Junge Junge, Junge, Junge Alles ist gut Ähm Isenloos Isenloos Sie sagen, Optimierung wäre, wenn wir mal auf die Sachen im Chat eingehen würden Ja Ja, was sagen sie denn? Da fehlt uns noch so ein Das Problem ist Wir Müssen dann immer aufs Handy gucken, Digga Das fackt ein bisschen ab Ja Ich weiß auch nicht, wie das abläuft Aber ja, ich geh mal noch mal Ja, hier ist ein Kollege aus Bremen Ich soll Bremen grüßen Grüße gehen raus an Bremen Ehren Bremen Schönste Stadt Deutschland Ja Jungs Ich bin alleine Und ich hab halt wieder keine Waffe Ich werd auch gepusht Mir ist auch einer Hab auch einen, hab auch einen Hab auch einen Hab auch einen Ja, komm, Alter Alter, ich hab zwei geholt Krank Mit hol mal die Kiste Du bist hier bei mir Ich geh mal Ja, Leute, ich geh zu Kai rüber Kai sind Na gut, dann bleib ich hier Sam, wo? Hab zwei, hab zwei War das der, der mich verfolgt hat? Kann sein Haben die irgendwie ne gute Waffe gehabt? Hier sind wir hier in der Mitte Beim, beim links Bei mir, bei mir Hinter mir Ja Hab den Nein Hab ihn, hab ihn, hab ihn Gut Jungs, ich hab noch ne ACOG Ja, nimm die Waffen, nimm die Waffen Nimm die Waffen Komm weiter weiter Hier unten Hab noch einen, hab noch einen Stark, Sam Oh, der will nochmal richtig alles aus sich rausholen, der Sam heute Nein, noch einen, ich bin da Stark, Sam Geil Waren das alle? Dann geht's direkt weiter, oder? Ich hab nen Riss Wir können direkt weiter Milch, shop Mini, schildigst du dich, komm her Einmal antanzen Oh, Z-Man Oh, Z-Man Wo bist du? Hier ist noch ne blaue M4 Jemand hier ne blaue Pump Ey nein, behalte mal deinen Riss Lass dir Riss nehmen Ja Alles klar Äh, warte, 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 kai, kai, kai Ich geh noch zur Kiste Ich geh noch zur Kiste Ja Hier Trinken bitte Ey Wir sind einfach schon reingesprungen Wohin, wohin, wohin? Wir sind schon reingesprungen Mega mal, mega mal Sollen wir mal fatal da? Ja okay Mir ist egal War das der letzte? Nee, hier oben ist schon einer Ah Siehst du welche? Nee, nee Aber ist sowieso Ja, ja, ja Hier, ja, 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 hier Hier, wo, wo? Da? Mein Bus hier Da, der hakt, der hakt da Der hakt, der hakt da Der holt uns hier einen geholt Und einer hakt Die haben belebt Die haben belebt Oder? Die haben belebt Ja, was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab kein Netz mehr Wo ist der? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Seht ihr das, Leute? Was ist denn los? Hallo Was ist denn los? Hört mal ruhig jetzt, bitte Die ziehen jetzt mal ab, ja Ey, das ist unglaublich Äh, Mitch Finish den mal bitte Und schieß ich, äh, bau mich mal einen Nein, Jungs Mich hat's erwischt Zwei Leute Aber einer Ich mach's kurz Ich mach's kurz Ich komm mir nicht mehr hoch Sollen wir's kurz machen? Ja, oder belebt mich Kai, marschier mal jetzt rein da Kai, Sack Wir sind beide One-Shot Äh, jetzt musst du Äh, sorry Jetzt belebst du nicht, wo die da sind Warte Sind die da? Ja, ist egal Ja, ruhig jetzt Alles ist, alles ist jüdig Da, ja, da drin One-Shot Zwei Leute Jawoll Noch einer Jawoll Karte einsammeln Und los Geil Ich bin da Hat einer viel Sturm, Muni? Wir schafft Jule, Ehrenmann Prima Digga, ich bruch Junge, der kackt Bus, Alter Was soll denn denn Mist Danke Boah, zum Leben, Junge Hat einer Verbände? Nee Ich hab'n Mini noch übrig Ja, den werd ich nehmen Also? Nein, stehst ja neben mir Ähm Wer ist das? Schalt mal einer in der Nähe vom Bus Mitch, am besten du Hier fliegen welche Naja Naja, oder? Doch Oh Oh, ich hab noch ein Riss Sie sind bei mir Sie sind bei mir Nee Mitch, hol mich Kai, bau, bau, bau Kai, warte, ich komm zu dir Sie müssen das machen Kai, warte, warte, warte Der ist weitergeflogen, der ist weitergeflogen Ja, okay, gut Mit, Ehrenmann, danke Mit Hier liegen noch Waffen Wo, wo, wo? Hier Was ist denn jetzt los, da? Hier, Jungs, hier, sind sie Wo? Dö Im Schrudel Hinten Ah, da oben Hinten bei der Baracke Hinten bei der Baracke 150 2, 3 Leute Drei Leute Jule, hier liegen Verbände Ich nehme welche für dich mit Hm Zwei misch, zwei misch Zwei mit 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 Das ist so bitter Digger Gitte komm her Komm her Warte, geh unter Ein habe ich Ein habe ich Hat noch einen Stark Ey da sitzt Kugel Da ist Kugel Da officials da da pass auf pass auf da oben was machen nein noch einer kommen hier runter das sind ein mann den ich mich habe sieben kills ist da oben nicht noch einer hol mal auch meine karte bitte digga die wie genau daneben entweder wiederholen wir den hier ist alleine man sollte den holten hier verwende holt erstmal mit seine karte ja da ist gerade einer lass kurz zusammen drauf zwei gegen eins komm 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 ja meine presse noch einer das ist großes kino jetzt noch mal zum schluss ja danke wir haben schlusskern 17 und 18 kills nimmst du das midi mit ich nehm es gerade ja ich glaub was im bus schnell die tone kommt die waren halt auch nur niedergestreckt wir müssen jetzt wieder dahin irgendwie schnell ne mit riss ne hier fliegt jemand aber warum gehst du nicht auf die andere seite verbleben sonst rissen wir weg wenn die kommen und uns pushen rissen wir weg ich hab dann noch ein kill bekommen ich geh jetzt ey mach mal bitte riss einer zu dieser nimm mal ne gleiter nimm mal ne gleiter ja und ich hier liegen ja auch schon waffen ich hab sonst zwei medicals noch jungs hier ist einer hier ist einer hier ist einer wieder nein ja da will die karten bestimmt ich muss jetzt nicht scrollen er fliegt weg er fliegt weg der hatte noch schild sowieso dann lass ich mich nicht lompen hast du den geholt ne 30er der hat immer noch schild ich war auf witzes sturm und nie ich kipp dir live mit oder der ist so one shot ne 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 ja besser ist es alter kämpft er da um sein leben diese minis ja brauche ich bruder ey kommt kommt ja mein Gott Jonas leer oh mein Gott soll man das nehmen? ja oder hast du noch sturm ja hier warte lass mich noch die gleiter also ich brauche alle die minis die minis ich brauche die minis ja mehr ich habe keinen strom geben ja gehen ich habe da gedroppt danke ich habe da gedroppt danke ich habe da gedroppt danke ich habe schon genommen ich habe sie nicht ohne jetzt genommen oder er sei hervor gelaufen nein nein die zone ist eh eh hier ey sollen wir zum loot drop jetzt habe ich die gleiter da liegen lassen sie ist ja nicht normal ja guck mal wo der ist bitte ja dann ist er uns entschuld Mitch brauchst du was zum bauen ich bräuchte was ich brauch munition wie kann das sein wie kann das sein da werde ich getroffen wieder ja ich habe keine snipen mehr hier jungs bitte ihr müsst ihr kurz bitte ablenken weil die schießen nur auf mich oben oder ja komm doch jetzt einfach mal her du bleibst ja auch die ganze Zeit stehen ich brauch was soll ich denn sagen ja komm komm ja es ist nicht so einfach ich brauche Munition ja was für munition alles ich wurde wiederbelebt ja komm her Ich hab dir doch gerade was gedroppt. Ja, ich hab ja geschossen auf die. Hier, warte. Sniper gib bitte. Von hier. Ey, also der... Manchmal macht er dich völlig wahnsinnig, Alter. Ähm, Mitch, brauchst du Minis? Ja, bitte. Die sind jetzt weg, ne? Ich hab vier Stück. Ich leg hierhin vier Stück. Gib keinen match, gib keinen match. Mitch, du bist safe. Du bist zu den Kay. Wir sind einfach nur in Gang, aber das ist kein Problem. Weil wir sind ein Team. Sonst hier die Mini-Shieldies. Ja. Und die Minis. Wo? In Parry sind zwei Leute. Ah, ne, da sind jetzt auch... Schau mal bitte Minis. Ja, hier. Okay. Sind die da noch? Einer ist hier bei S oben auf dem Berg, eine alleine hier auf dem. Ey, sollen wir mit Jump herd weg fliegen? Lass mich hier mit Jump herd riß. Ich hab noch einen Riss riß. Hey, lass mal Das mal mit Jump pad hier rauf. da kommt eine rakete pass auf es ist unglaublich ich bin auch so dumm da unten wird gefeiert wo bist du hier hinter dir liegt ein Medi hinter dir liegt ein Medi oh mein Gott einer ist so low ich muss dahin hier unten sind auch welche er fliegt jetzt dahin Sam der ist so ne ich bin hier vorne hinter uns sind auch noch welche wir haben ja Gott sei Dank noch ein Riss Jungs ich bin nicht so schnell wie ihr ich habe nämlich keine Sachen womit ich wiegen kann wir kommen dann das Riss nehmen warum wir haben ist doch alles ok oder du bist einer Snipe pass auf einer Snipe das kann auch nicht sein dass er nicht das geht dann guck noch einmal bitte einer weiß von hinten wo von hinten oben oder unten irgendwo keine Ahnung ich habe 11 Leben ich habe Medi für die Sam komm her da hinten bei Perry sind die noch ne hier unten bin ich hier unten Sam die kommen jetzt pass auf Kai hey Leute gucken alle gib Medi gib Medi lass liegen hier lass liegen danke danke ja ich sehe jetzt kommen sie ich kann grad nichts machen wir ziehen weiter zu den nächsten Gegner wir müssen hier hoch ja ja jetzt sind du doch mhm bitch komm mal folg mir das ist so bitter mann alter dieser scheiße wie viel trifft man keinen so ey der hat keine Mets mehr der ist ein bisschen lustig komm mal hier zu mir dann sind wir in der Mitte ey wie kann man denn da nichts treffen wie kann der nicht drauf sein alter ey ja wie viele Raketen haben die die verschießen die ja ich glaube oh eingelasert eingelasert ey wir müssen los sag schon mal in die Sonne du bist bei mir lass mal einen fallen ja 100 k hab einen komm laser drauf komm noch einen ey nein oh mein gott haben alle noch einer ist hier one shot hab ihn pass auf pass auf Kai bei dir kommen alle Kai bei dir kommen alle ihr müsst mich helfen ihr müsst mir helfen ich bin da ey ich brauch Sturmonee ich weiß nicht wo die Zone ist hier lass fallen lass fallen warte bitte falle drauf falle drauf der hat keine der hat keinen blue life mehr hab einen hit hab einen ja man 10 kilt 11 wir haben 29 kilt weltrekord diesmal 44 29 20 gut so jungs wir haben eine geile Runde zum Schluss ok Leute tschüss 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 hey Sam was muss ich jetzt machen Sam zieh die Kamera raus tschüssi tschau tschau Leute tschau tschüss